Yusufa Moukoko hat beim BVB einen schweren Stand. Seitdem Sebastian Allaire wieder fit ist, hat er eigentlich schon keine Chance mehr gehabt, sich für einen Platz in der Startelf zu empfehlen. Er besitzt nicht das gewünschte Profil des Trainers und ein System mit Doppelspitze beispielsweise gab es bisher bekanntlich auch nicht. Dennoch hatte man sich damals sehr stark darum bemüht, den Vertrag des 18-jährigen Top-Talents zu verlängern. Und in diesem Sommer hat man ihn gegen Ende der Transferperiode sogar noch einen zweiten, dicken Konkurrenten vor die Nase gesetzt. Die Verpflichtung von Niklas Füllkrug dürfte die Chancen von Moukoko auf mehr Einsatzzeit nochmal deutlich verringert haben. Wie die BVB nahen Ruhrnachrichten berichten, war Moukoko nicht gerade begeistert von der Nachricht, dass ein weiterer Stürmer dem Team hinzustößt. Und dann auch noch einer, der mit Sicherheit den Anspruch mitbringt, mit Allaire um den Startplatz zu konkurrieren. Aus Moukokos Sicht muss es sich deswegen schon ein wenig komisch anfühlen, wenn der Verein einen solch großen Aufwand für die Verlängerung aufgebracht hat. Ja, ich meine immerhin hatte diese im Winter höchste Priorität, nur um jetzt Ernüchterung vorzufinden. Klar, er bekommt in jedem Spiel seine Minuten als Joker, allerdings auch oft nicht mehr als 10-15 Minuten. Mit einer so kurzen Spielzeit kannst du dich auf Dauer nicht weiterentwickeln. Und jetzt wo ein Allaire einen schlechten Start hat, sehen trotzdem seine Chancen nicht allzu gut aus. Immerhin wollte man ja aufgrund des Afrika Cups einen ähnlichen Spielertypen haben, den man jetzt auch mit Füllkrug geholt hat. Da muss man an der Stelle ganz klar sagen, das große Vertrauen in Moukoko sieht anders aus. Klar, man kann argumentieren, dass er erst 18 Jahre alt ist und zwischendurch hatte er auch mal mit Verletzungen zu kämpfen. Nichtsdestotrotz bleibt, dass er scheinbar nicht dem entspricht, was ein BVB Stürmer aktuell im Terzic System mitbringen soll. Damit Moukokos Chancen steigen, müsste Terzic beispielsweise langsam mal damit anfangen, nicht steif auf seine eine Formation zu setzen. Naja, zumindest ist mal davon auszugehen, dass wenn die Entwicklung von Moukoko in dieser Saison weiter stockt, dass man sich dann auch Gedanken machen wird, wie es in Zukunft weitergehen soll. Wie passend dazu ebenfalls die Ruhrnachrichten berichten, hat unter anderem RB Leipzig ein Auge auf das vermeintliche Supertalent des BVB geworfen. Angeblich soll es sogar Kontakt gegeben haben, was man sich, denke ich, aber auch sehr gut vorstellen kann, denn tatsächlich passt das Profil von Moukoko auf das, was man in Leipzig immer wieder sucht. Jetzt ist es zwar so, dass die Moukoko-Seite von sich aus schon abgelehnt hat und öffentlich auch davon sprach, dass man sich in Dortmund durchsetzen möchte, sollte die Entwicklung allerdings weiterhin nicht voranschreiten können, dann ist es nicht völlig unrealistisch, dass die Gerüchte um einen Abschied im Verlauf der Saison deutlich an Fahrt aufnehmen. Was ich für meinen Teil sehr schade finden würde, denn Moukoko besitzt ohne Frage ein sehr großes Talent und es liegt nicht unbedingt nur daran, dass er selbst nicht bereit für den nächsten Schritt ist, sondern unter anderem auch daran, dass er schlicht nicht in den aktuellen Spielstil zu passen scheint. Und da würde ich einfach mal hoffen, dass der BVB, und das wäre auch für den Erfolg des Vereins generell gar nicht mal so schlecht, eine gewisse Flexibilität in der Spielidee entwickeln kann. Aber gut, da müssen wir einfach mal abwarten, was die kommenden Wochen und Monate bringen. Hinzu kommt ja momentan auch noch die Krisenstimmung im Verein. Da ist es gar nicht mal ausgeschlossen, dass es tatsächlich zu einer größeren Veränderung kommen kann, die vielleicht auch einem Yusufa Moukoko entgegenkommt.